was glaubt man sich weiter und heute wird es lecker denn heute schauen wir uns ein team an bestehend nur aus wie geht das ich glaube das ist der dream für mich der dream für mich und natürlich war das unser boy margen vegeta möglich quasi denn wir sind in dem egil team an margen vegeta als leader gibt jeden unit 90 prozent also jeden egilte type unit plus 93 prozent da hier margen vegeta extreme egilte ist und der base von vegeta vegeta ozaru giant ape ebenso extreme type ist sage ich mich dem margen vegeta als leader statt super seien 4 vegeta denn er gibt ja einen besseren boost für die super egilte charaktere aber darunter leiden dann die extreme egilte charaktere und ja da wird es margen vegeta ist sein eigener leader ja margen vegeta ist der leader und alle anderen wie geht das folgen ihm deswegen würde ich sagen wir verlieren keine weitere zeit und testen das vegeta team let's go alles klar und wir sind auf der letzten boss rush stage ich weiß ob wir die ganze boss machen werden ich glaube nur bis zu einem bestimmten zeitpunkt weil das sonst so lange dauern könnte aber hinter diesem team steckt auch ein bisschen eine idee hinter nämlich ich will auf jeden fall den super saison 2 vegeta mit margen vegeta in einer rotation halten und den vierfachen vegeta mit dem vegeta blue hier denn die sache ist nämlich die unser boy margen vegeta beziehungsweise der super seien 2 vegeta wenn wir uns das mal anschauen gibt margen vegeta durch shattering limit key plus 2 und royal lineage noch weiteren key key plus 3 und wir wissen ja margen vegeta braucht an der stelle seine key auf jeden fall in dem team ist sonst kein andere unit mit overner flash deswegen habe ich mir das so gedacht dass wir die eine rotation halten mit super seien 2 vegeta und margen vegeta die andere mit dem vier wachen und vegeta blue denn diese beiden jungs hier geben sich zumindest prepared for battle was die kia belangt und warum okay neun schaden genommen das ist cool das ist auf jeden fall sehr sehr cool und support charakter haben wir zum lück super vegeta er ist wirklich ein sehr gutes support charakter ist ja auch ein support unit gibt unter anderem er gilt charakter in key plus 2 auf angriff und verteidigung 25 prozent wenn mich nicht alles täuscht wenn wir uns den dude hier einmal ansehen er geht sich dann physisch key plus 2 attacken mehr 25 prozent richtig nice nehmen wir auf jeden fall mit und unseren margen lassen wir hier bekommt gottseidank durch den super vegeta hier natürlich sehr gut key ich hätte auch den super vegeta hier drin lassen können in einer rotation mit margen vegeta so wie das jetzt der fall ist damit auf seine key kommt attack boost etc etc aber dann nehme ich auf jeden fall meine super seien zwei vegeta in einer rotation denn er ist auf 100 prozent und super vegeta eignet sich natürlich ganz ganz gut als rotationscharakter der andere rotationscharakter wäre in dem fall in anführungsstrichen dieser giant ape vegeta hier er ist zwar kein supporter aber er gibt margen vegeta margen vegeta sag ich sorry nur margen vegeta in den kopf super seien 4 vegeta gibt er saiyan raw saiyan raw gibt nämlich ganze 25 weitere prozent auf den angriff wenn wir uns das ganze hier ansehen nope das hat er für battle jetzt hier saiyan raw haben wir attack plus 25 prozent das nehmen wir auf jeden fall mit und so gesehen ist dann quasi der dude vorerst mal nur da um wie geht er diesen links geht zu liefern unter anderem super seien 4 vegeta und so habe ich mir das ganze vorgestellt in diesem team in dem setup was hier abgeht wenn ich das ganze auf jeden fall auch gefallen hat ja vegeta bomb für seine zweite ulti edition ulti dann lasst auf jeden fall ein like da und abonniert mich wenn ihr neu auf dem channel seit würde mich auf jeden fall freuen jede unterstützung an der stelle ja das team das team das team läuft das team läuft ja das ist ich habe quasi alle egilte vegeta genommen in ein team gepackt man könnte auch also wirklich ein vegeta team schock jetzt machen mit allen vegeta die es gibt da gibt es ja ein paar viele natürlich die sache ist halt die da müsste man da hätte man einen richtigen leader brauchen müssen und so spontan fällt mir kein rainbow vegeta leader ein wisst ihr was ich meine also es gibt sicherlich ein oder zwei wie geht das die ein zwei typen boost geben aber der ist halt nicht so hart im raum wie wenn wir quasi margin weg ist annehmen er gibt 90 prozent für egilte charaktere key plus 3 und an egilte vegeta nehmen und wir sehen schon es kann wirklich sehr sehr viele egilte vegetaß deswegen hat das an der stelle gott sei dank geklappt das freut mich auch und das team funktioniert es ist geil das ist halt literally literally the dream ja die dreams die dreams der kleine ose du hast du damals locker welt angefangen hat ja okay das hört sich anders werden das vor zehn jahren der das spiel angefangen und hatte ein traum im kopf und das war ganz klar wie geht das team ja wie geht da um die beziehungsweise dann als margine vegeta gesehen habe zum allerersten mal war natürlich den dream margine vegeta zu holen und der vielfache vegeta dürfen wir auf jeden fall nicht vergessen gibt margine vegeta noch sein preis zusätzlich aber das weitere 15 prozent wir sind dann hier da müssen wir auf die keys hoffen aber gott sei dank hat es in der rotation geklappt sehr cool ansonsten wie das ganze hier aus wie sieht das ganze hier aus wir haben wie geht der blue auch auf 100 prozent äh mein vierwahrer vegeta hat einen dupen offen unten rechts ansonsten super scene 2 vegeta alle dupes offen 100 prozent super vegeta hat auch alle dupes offen der giant ape vegeta auch aber ich hab da keine orbs investiert vorerst weil er es sag ich mal charaktere sind für die man die orbs unbedingt nicht ausgeben müsste sie nicht unbedingt auf 100 prozent machen müsste aber ich sag's euch ihr kennt noch den osa du das sind wie geht der charaktere da ist natürlich da habe ich natürlich im hinterkopf dass sie auch irgendwann mal auf 100 prozent kommen so anyways dann schauen wir uns mal das setup hier an die ganzen key unseren boy super scene 2 vegeta super scene 2 vegeta die sache ist die seine pass ist er bekommt 90 prozent auf den angriff und auf die verteidigung aber wenn die hp 80 prozent oder drunter sind ich glaube in der runde war das erfahrt aber ja hat sich lag schon geklärt manchen geht hat koku hier schon ausgehauen was heißt koku koku haben wir schon längst hinter uns gehauen vegeta wir kämpfen jetzt gegen vegeta oh jetzt wird interessant jetzt wird es interessant denn wir haben typen nachteil aber wenn der vegeta blue hier ultet dann bekommt er auf seinen angriff und auf die verteidigung 80 prozent heißt wir müssen erstmal ulten nach dieser ulti bekommen wie einen angriff und dann haben wir unser 80 prozent boost also diesen boost bekommt er zu seiner ulti nicht verwechseln hätten wir den angriff davor bekommen hätten wir kein verteidigungs boost oder angriff boost das bekommen wir erst während der ulti und nach der ulti für die ganze runde und wir müssen ganz auf grits hoffen nice additional grits sehr cool jetzt bin ich gespannt wegen den schaden wir haben unseren boost zwar 31 tausend ok das können wir das können wir mitnehmen das können wir auf jeden fall mitnehmen das passt an der stelle gut so bist du in vier vegeta nice erledigt ihn erledigt ihn cool jetzt sind wir jetzt ja dreifache vegeta let's go das wird jetzt interessant auf jeden fall aber wir kommen auf unsere key das ist sehr sehr gut ähm jetzt ok wir sind unter 80 prozent und by the way leute by the way die lebensbalken die ihr unten seht die sind ja in zehn abschnitten abgeschnitten kategorisiert das sind zehn abschnitte jeder abschnitt zählt für zehn prozent also momentan haben wir 70 prozent weil sieben balken gefüllt sind sieben abschnitte und ja oder anders gesehen drei abschnitte eben nicht und das sind dann 70 prozent merkt euch das ja so ein kleiner tipp am rande so okay okay der kann uns nichts haben let's go margine vegeta 1,4 final impact zack geil richtig geil richtig geil also mich freut es wirklich dass dieses team funktioniert das ist so geil das ist wirklich geil so aber hier könnten wir vielleicht das ein oder andere blaue auge uns abholen Müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Denn eine vierfache Vegeta macht Schaden. Sollten wir uns ziehen, ich denke ja. Ich denke, wir gehen mal auf Nummer sicher. Nehmen Heel mit. Denn, jetzt hier zum Beispiel. Vegeta Blue hat noch nicht seinen Verteidigungsboost. Weil er noch nicht geültet hat. Ja, ganz... Ja, ich war klar, dass er einen Ulti bekommt. Heißt, wir bekommen hier vollen Schaden. Mit 0% Verteidigungsboost. Quasi so gesehen. Gut, dass wir uns geht es haben. Gut, dass wir uns geht es haben. Erst ab jetzt, nachdem er ultiert, bekommt er seinen Angriff und Verteidigungsboost für die verbleibende Runde. Genau, das dürft ihr da nicht vergessen auf jeden Fall. Wenn ihr mal so Fragen habt, was genau in der Passive steht. Was genau das bedeutet mit das und das. Mit dem Begriff, keine Ahnung. Als Start of Turn zum Beispiel. Als Start of Turn ist ein bisschen komisch gesetzt. Aber als Start of Turn heißt einfach, wenn der Dude im Kampf ist, in der Runde ist, dann hat er seinen Boost. Also als weiteren Beispiel. So. Und jetzt haben wir hier mal Gin. Unseren Super-Sane 2. Und dann nehmen wir auf jeden Fall hin mit Fragezeichen. Ne, wisst ihr was? Wir machen es so. Wir bekommen Doka-Mode. Yes. Und ich denke mal, Jimmy geht das sollte hin. Okay. Oh, er hat noch vier ganze Balken. Okay. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich selbst überschätzt. Oder es sei denn, es sei denn, Margin, Margin klärt ihr alles. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das könnte vielleicht auch ins Auge gehen. Wir haben wenig Leben. Wir haben sehr wenig Leben. Ich hätte mich eigentlich healen sollen. Vier Balken. Let's go, Margin Vegeta. Zeig uns seine Macht. Easy. Easy. Ganz easy. Lockerflock. Ich. Genau deswegen. Genau deswegen. Haben wir mal Gin Vegeta. Und genau deswegen. Ist die Antwort auf alles. Margin, Margin. Die Menge schreit Margin. Oh man. Ich drehe total am Rad ab. Ähm. Zack, zack, zack. Wie machen wir das hier? Wie machen wir das so? Oh, beziehungsweise Margin Vegeta lasse ich auf jeden Fall seine Ultra-Super-Tech launchen. Wenn das klappt. Oh, ich denke nicht. Schade. Denn er würde ja jeden treffen. Ich merke schon, er braucht auf jeden Fall Ki. Ähm. Was soll ich sagen? Ja, ihr merkt schon. Ihr merkt schon, ja. Ohne Facecam. Das ist ein bisschen back to the roots. Ja, mein PC ist immer so richtig. Ich weiß nicht, was da vorfügt. Aber ich muss da auf jeden Fall mal nachher vorbeischauen. Ähm. Aber. Ohne Facecam ist es schwierig quasi. Beziehungsweise. Euch zu. Ähm. Bei Laune zu halten, sag ich mal. Euch zu amüsieren, ja. Weil. Ich muss ja quasi hier nur mit Audio arbeiten. Mit meiner Stimme. Aber. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt immer noch unterhaltend. Unterhaltet. Sorry. Und das Ganze läuft hier so. Wie es laufen sollte auch. Auf jeden Fall. Genau. Ich würde sagen, wir machen noch cooler. Wir machen auch das Event von cooler. Damit das nicht allzu lange wird. Bomben cooler zur Seite. Weil das ganze Boss Rush geht schon um die 15 bis 20 Minuten. Ich würde ja nicht zu lange sparen. Wir haben auf jeden Fall gesehen, was das Team in sich hat. Was das Team drauf hat. Und das, was es drauf hat. Ist wirklich geil. Ist wirklich geil auf jeden Fall. Das freut mich. Dass das Setup funktioniert. Das ist. Ach man. Oh man. Yeah. Da scheint mein Herz nur so. 42 Schaden. Nichts. GG. Gar nichts. Einfach. Einfach. Ein Team aus Vegeta. Ist. Gegeter. Nein Spaß. Okay. Wir lassen mal die Flackwitze und Sprüche beiseite. Gucken was Vegeta Blue hier macht. Ich fühle mich by the way hier wie ein Kommentator. Wenn ich ehrlich bin. Wenn die Kamera so quasi aus ist. Und ich das Ganze kommentieren muss. Dann breite ich einfach alles raus. Jaja. Ich hoffe. Ich hoffe. Es ist nicht nervig für euch. Ich hoffe es kommt gut an. Beziehungsweise. Ihr könnt damit leben. Aber. Madoc. Ich muss auf jeden Fall. Ich brauche. I need my PC man. I need my PC. Wir kommen nicht drum weg. Anyways. Das mal auch beiseite gelassen. Das werde ich auch auf jeden Fall klären. Ultra Super Tech. Final Explosion. Nice. Gut. Vorletzte Runde gegen Coola. Let's go. Was machen die Jungs hier. Wir stellen das Ganze so auf natürlich damit. Oh. Damit der Vielfache. Jetzt die Frage. Fallen da gut Kiro unter das Ulten kann. Yes. Damit der Vielfache noch Sam Pride zusätzlich bekommt. Und das auf jeden Fall noch mitnimmt. Und. Ja. Mein Giant Ape Vegeta. Ist auf SE1. Aber ich würde auf jeden Fall bei ihm arbeiten. Und wenn die Giant Ape Kategorie rauskommt. Mit Tapion. Die Osaru Kategorie quasi. Das wird geil. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich tue da auf jeden Fall schon die Charaktere. Quasi ein bisschen vorbereiten. Mein Tarts ist ja GG. Ja. Giant Ape Tarts. SA10. Alle Dupes offen. Schauen wir was da abgeht. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm. Zur Frage wann Tapion kommt. Äh. Könnte noch ein bisschen dauern. Ein wird zwei Monate. Könnte das noch dauern. Auf jeden Fall. So. Weil. Jetzt haben wir quasi. Ähm. Bojack. Part 2. Celebration. 1000 Tickets. 1000 Days. Wester gesagt. Am Samstag kommt Extreme Zero Waking von Brody. Das Ganze. Der Part 2. Sollte bis Ende April quasi gehen. Und dann ab Mai. Sollte. Ende April oder Anfang Mai. Sollte Super Saiyan 3 Bardo kommen. Er wäre eigentlich der Nächste. Und danach dann Tapion etc. Und dann Tag. Vegito Budo. See. Und und und. Also ihr merkt schon. Das kann auch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall. So. Die Frage ist jetzt. Ähm. Wie stellen wir uns auf. Ja. Wir lassen das auf jeden Fall so. Ja. Klar. Same. Pride geben die Jungs sich. Ähm. Margin. Und. Ja. Wollen wir auf jeden Fall mal auf Nummer sicher gehen. Nicht dass wir noch mehr Niederlage bekommen. Am Ende. Ähm. Cooler haben wir auch noch auf jeden Fall raus. Und dann beenden wir das Ganze. Vegito Team Showcase. Wenn ihr. Wenn ihr andere Team Showcase im Kopf habt. Irgendwas sehen wollt. Dann lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ja. Sei es irgendwas. Es muss ja nicht irgendwas sein. Was sich an die Leader Skills hält. Im Spiel. Zum Beispiel. Das ist ja jetzt kein Vegeta Team Leader. Ja. Sondern ich hab das jetzt quasi zusammengewürfelt. Selbst zusammengewürfelt. Was mir so spontan noch einfallen würde. Wäre zum Beispiel Vegeta Family. Ja. Gerade ein Team. Bestehen aus der Vegeta. Aus der Vegeta Familie. Ähm. Das hätte ich auch so spontan im Kopf. So ein Goku Familie. Etc. Etc. Ähm. Team nur aus so einem Gohan. Sei es das und das. Oder aus. Keine Ahnung. Also ich denke ihr wisst. Was ich damit ausdrücken will. Wenn ihr quasi so Ideen habt. Lasst es mich gerne wissen. Auf jeden Fall. Ich sehne das gerne an. Nehme auch so Ideen und Feedback immer gerne an. Und dann können wir da auf jeden Fall gut gemeinsam kooperieren. Aber wie was machen die Jungs hier an der Stelle. Und wir merken schon. Substanziabergid hat ja sehr wenig Angriff gehabt. Weil wir nicht unter 80% sind. Ähm. Deswegen hat er weder Angriff noch Verteidigungsboost. Genau. Aber. Was macht unser Giant Ape Vegeta. Uuuuh. 35.000. Nice. Nen gut. Nen gut. Weißt du was? Wir machen ein bisschen spannend. Ich benutze jetzt kein Item. Ich denke eine Ulti sollte ich einstecken können. Oder. Vierfache Vegeta sagt sich. Ja. Ich wollte es gerade wenden. Oder Vierfache Vegeta sagt sich. Ich konnte den Shit. Let's go. Cooler. Hier. Zack. Geil. Das sieht man auch nicht. Leider zu selten bei Vierfache Vegeta und Goku. Denn sie haben nicht in den Medium Shades. Und keine High Shades. Wie bei Gogeta. Egal. Wir nehmen es mit. Äh. Das war das ganze Trump Vegeta Team Showcase. Ich hoffe das ganze hat euch gefallen. An welcher machen wir Schluss. Wir machen nicht weiter beim Boss Rush. Das würde sonst zu lange dauern. Wie gesagt lasst ein Like da wenn euch das ganze gefallen hat. Das ist Vegeta Team Showcase. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Peace.